Er umgeschmissen hat sich die Leinebeitler schon viel weiter vorne nimmer, ne? Ne, von lautem Video. Nicht so weit reden. Ja. Jetzt schon vorne mit linken lassen, ne? Da kannst du mit links hauen und mit rechts. Nein, da kann er schon vorher antreifen. Denkst du den Dings? Dann umgehen. Nein, wenn die umgeschmeißen, ne? Angenommen, ich hab die Leinebeitler da drinnen, ne? Sorry, man. Da sind die da schon mal gelegen und nicht da hinten. Und die Saugleitung nicht. Da kann er schon da arbeiten, ne? Da kann er der schon da, da, da arbeiten, ne? Ich muss sie schon vorher auslassen. Ja, was steht da drauf mit der Füße, weißt du? Lass dich eh runter, ja. Weiß ich nicht, ob das eine Zeit trinkt, bis wir hierher. Ja, da hinten hatte der Wal schon Zeit, bis der in den Saugleitung kommt. Ja, ich sehe, das ist klar. Lass dich runter, schmeiß, das ist... Das ist über das Herrecht. Ja. Jetzt hat er den Kataminer ausgeholt oder das umziehen, das Herrecht, ne? Und du? Weiß ich jetzt hinten. Ja, ich hab's da ein bisschen. Ne, wo man...